Heute zeige ich dir eine einfache Übung, wie du deinen Geldfluss aktivieren kannst. Wie schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ja, es geht um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um das Thema, den Geldfluss zu aktivieren. Und warum mache ich dieses Thema? Weil ich immer wieder mit Frauen spreche, die mir sagen, hey, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles machen soll. Weil irgendwie bin ich schon seit Ewigkeiten an einem Punkt von dem, was an Geld zu mir fließt. Und egal, was ich mache, egal, was ich probiere, ob es Techniken sind, Strategien sind, Mindset, Arbeit ist, irgendwie wird es einfach nicht mehr. Und wenn das bei dir auch so ist, ist diese Übung genau die richtige. Aber auch, wenn du schon einen guten Geldfluss hast, aber dir denkst, hey, eigentlich könnte da noch wirklich mehr gehen. Weil das ist zum Beispiel eine Übung, die ich für mich tagtäglich, jeden Morgen mit einbaue, weil die so easy ist und so schnell geht, dass du das einfach in so eine ganz normale Morgens- oder Abendsroutine einbauen kannst. So, und das Wichtigste bei dieser Übung ist, dass du erstmal für dich in dich gehst und dich fragst, hey, was möchte ich denn eigentlich jeden Monat für einen Geldfluss haben? Also wie viel Geld soll jeden Monat zu mir fließen? Und dabei ist es wichtig, dass du nicht eine Zahl nimmst, wo du irgendwie das Gefühl hast, oh, okay, das ist easy, das kann ich irgendwie erreichen, sondern dass du eine Zahl nimmst, die für dich so groß ist, dass es kribbelt. Also, dass du irgendwie das Gefühl hast, wow, okay, krass, das ist so eine geile Zahl, da kribbelt mir mein ganzer Körper. Und ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, wie ich das erreichen soll. Warum? Weil darauf die Energie fließt. Es ist ja immer so, bei vielen höre ich, ja, und wenn ich mir zu große Ziele setze, was ich erreichen möchte, und dann erreiche ich es nicht, dann bin ich frustriert und, und, und. Vielleicht siehst du das in dem Moment einfach ein bisschen als Spiel an und sagst, hey, geil, ich möchte einfach in einer mega Emotion sein, wenn ich an diese Zahl denke, völlig egal, ob ich die jetzt in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr oder in drei Jahren erreiche, aber ich möchte so eine Zahl haben, die einfach kribbelt, die mir Energie gibt, weil die Energie, die diese Zahl dir gibt, ist das, was dann auch kreiert. Und wir müssen nicht immer sofort wissen, wie wir an unser Ziel kommen, sondern wir senden diese kribbelige Energie aus und dann wird das Leben dir Dinge bringen und zeigen, wie du das für dich auch wirklich erreichen kannst, auch wenn du jetzt noch gar keine Ahnung hast, wie du es erreichen sollst. Okay? Also, das ist der erste Teil dieser Übung, dass du wirklich mal die Augen schließt, tief durchatmest und dir überlegst, welche, ja, welcher Betrag soll jeden Monat zu mir fließen, wo ich in mir so ein Kribbeln spüre, wo ich denke, wow, ne, geil, genau das will ich haben. Und wenn du diese Zahl hast, dann beginnst du jeden Tag ein, vielleicht zweimal am Tag, ne, morgens nach dem Aufstehen, abends vorm Bett gehen, beginnst du diese Zahl zu atmen. Einfach nur ein paar Minuten. Zu atmen bedeutet, du stellst dir diese Zahl vor, du stellst dir dieses Kribbeln vor, du hast ja dann dieses Gefühl, boah, wie soll ich das erreichen? Und durch diesen Atem, also wenn du diese Zahl dir vorstellst, und immer tief ein- und ausatmest, ganz tief ein- und aus, durch die Nase ein, durch den Mund aus, wirst du irgendwann mal merken, nach ein paar Tagen, hey, diese Zahl, die ist irgendwie schon völlig normal. Da ist irgendwie so gar nicht mehr so dieses Kribbeln in meinem System da. Und das bedeutet, diese Zahl ist ja in deinem System schon übergegangen und verankert und kann sich dadurch viel schneller im Außen manifestieren. Weil unser Atem bestimmt unsere Emotionen. Und das weißt du, wenn du irgendwie Angst hast oder wenn du gestresst bist oder wie auch immer, beginnst du anders zu atmen. Und wenn du dann deine Atmung beginnst, wieder zu kontrollieren, also tief einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund, wirst du merken, die Angst löst sich, der Stress löst sich, du bist wieder viel mehr bei dir. Und so ist es auch mit einer Zahl. Weil diese Zahl, wenn die so groß ist, dass du nicht weißt, wie du sie erreichen sollst, macht dir erstmal im System bestimmten Stress. Und durch dieses Atmen dieser Zahl löst du diesen Stress und es wird für dein System wie eine Selbstverständlichkeit. Und wenn du dann an dem Punkt bist, wo diese Zahl eine Selbstverständlichkeit ist, dann nimmst du dir eine nächste Zahl, wo du sagst, oh, und die kribbelt jetzt wieder. Oh, da merke ich schon wieder in meinem System, da geht es rund. Oh, wow. Und dann beginnst du diese Zahl zu atmen, morgens und abends, ein paar Minuten. Also es muss jetzt nicht ewig sein, ein, zwei Minuten reicht. Und dann machst du das wieder so lange, bis auch diese Zahl ganz normal für dein System ist. Und der Zeitpunkt wird kommen, bei manchen früher, bei manchen später. Aber es ist völlig egal, wann er kommt, dieser Zeitpunkt wird kommen. Und in dem Moment nimmst du dir dann wieder die nächste höhere Zahl, die kribbelt. Und so kannst du dein System quasi auf viel mehr Geldfluss sozusagen programmieren, weil dein System dann keinen Stress mehr damit hat. Und durch dieses Atmen löst du gleichzeitig auch bestimmte Blockaden, die zu dem Thema Geld noch in deinem System sind. Das ist dann eben dieser doppelte Effekt, was diese Atemübung hat. Und das ist was ganz Magisches. Und wenn du das über eine Zeit machst und dann wirklich auch mal den Fokus darauf richtest, wo fließt denn jetzt Geld zu mir, wirst du merken, es kommt aus unterschiedlichen Ecken. Und dann ist es wichtig, in diesem Moment, dass du nicht in die Bewertung gehst. Das erlebe ich so oft. Zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau meldet sich an für unsere Solopreneurschool, will sich eigentlich ein Online-Business aufbauen und plötzlich durch diese Anmeldung und durch diese Energieveränderung und durch diese Arbeit an einer neuen Identität fließt das Geld aus dem Offline-Business rein. Und dann merke ich bei vielen, aber jetzt wollte ich es doch online und jetzt kommt es über die Richtung. Ja, nee, also lehne dieses Geld nicht ab, auch wenn es ein Geschenk ist oder sowas. Bei vielen, die können Geschenke nicht annehmen. Die tun sich schwer damit, etwas von anderen anzunehmen. Also ob es Geschenke sind, ob du etwas findest, ob du eine Rückzahlung bekommst, ob du irgendwo Aufträge bekommst, was auch immer. Nimm alles an und sei dankbar dafür, weil diese dankbare Energie ist das, was sich dann wieder potenziert. Und wenn du die Übung jetzt einfach mal für eine ganze Zeit machst, wirst du merken, wie immer mehr auch auf dich zufließt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, den Geldfluss zu aktivieren. Und oft ist es einfach ein energetisches Ding. Ein energetisches Ding, bis hier und da erlaube ich mir, dieses Geld zu mir fließen zu lassen. Und ab dem Moment ist ein Cut. Bei manchen ist es bei 1000 Euro im Monat, bei manchen ist es bei 10.000, bei manchen ist es bei 100.000, bei manchen ist es eine Million. Weißt du? Aber irgendwo hat das System so einen Cut, wo dann plötzlich nichts mehr zu dir fließt, was darüber hinausgeht. Und da ist diese Übung richtig genial und auch andere Dinge, die du tun kannst, um deinen Geldfluss wirklich zu aktivieren. Und an der Stelle auch nochmal die Einladung zu unserer Financial Freedom Experience, wo es wirklich sechs Tage nur darum geht, was du tun kannst, was du bei dir drehen und verändern kannst, damit das Geld aus 360 Grad zu dir fließt. Weil es ist sehr, sehr häufig, wie schon gesagt, ein Energiethema und gar nicht so sehr ein Strategiethema, wie wir oft auch noch zusätzlich denken. Deswegen, wenn du sagst, hey, boah, ich merke einfach, ich will, dass noch mehr Geld zu mir fließt, egal auf welcher Ebene ich gerade bin, weil ich einfach noch Wünsche, Träume und Ziele in meinem Leben habe. Ob das jetzt monetäre Sachen für mich sind oder gemeinnützige Sachen oder für meine Familie, was ist, ist völlig egal. Wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwie, es darf jetzt mehr werden. Da darf jetzt einfach noch mehr kommen. Und ich erlaube mir jetzt ab sofort alles dafür zu tun, dass noch mehr zu mir fließen kann. Dann melde dich auf jeden Fall kostenfrei an zu der Experience. Wir verlinken das noch in der Beschreibung, damit wir wirklich ganz, ganz intensiv für sechs Tage miteinander verbringen werden, wo wir uns ganz genau anschauen, auch auf dich individuell anschauen, was noch gesehen und geheilt werden darf im Bezug auf Geld. Und du hast eben noch zusätzlich die Möglichkeit, deinen individuellen Wealth-Code zu bekommen. Das ist was richtig Magisches, nämlich ein Code, der wirklich darauf ausgelegt ist, auf die Herausforderung, die du gerade aktuell mit Geld hast, dass du auf der unterbewussten Ebene ebenfalls dein, oh, jetzt habe ich gegen das Mikkel hochgehauen, dein Geldfluss aktivieren kannst. Okay, also melde dich gleich an, dann freue ich mich auf dich und bis ganz bald, deine Marina. Och dann hoffe ich,